William Shakespeare Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig. Hamlet Sonett Nummer 18 Übertragen aus dem Englischen von Gottlieb Regis im Jahre 1836 Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Anmutiger, gemäßigter bist du, des Maiens Lieblinge jagt Sturmwind von den Zweigen, und nur zu früh gehen Sommers Pforten zu. Bald scheint so heiß des Himmels Auge bald, umdunkelt sich sein goldner Kreis, Es weilet das Schöne nie in seiner Wohlgestalt, vom Zufall, vom Naturlauf übereilet. Du aber sollst in ew'gem Sommer blühen, nie deiner Schönheit Eigentum verhalten, nie soll dich tot in seine Schatten ziehen, wenn ew'ge Zeilen dich der Zeit erhalten. Solange Menschen atmen, Augen sehen, solange lebt dies und heißt dich fortbestehen.